hallo und herzlich willkommen bei crotus computer aus heute video habe ich lange gewartet und haben wahrscheinlich auch die meisten von euch lange gewartet denn im heutigen video geht es um unsere neue webseite die ist nämlich jetzt diese woche endlich fertig geworden und ich möchte euch einfach mal zeigen was ist jetzt alles neu hier was könnt ihr auf der webseite machen welche features gibt es was haben wir uns da so bei gedacht und ja wie funktioniert das ganze hier erstmal vielen vielen dank für alle leute die in letzter zeit zu fleißig abonniert haben macht gerne weiter damit dann haben wir bald die 1000 abonnenten geknackt ich habe ja gedacht bei 1000 abonnenten wird das community tab freigeschaltet youtube hat sich gedacht crotus computer das ist aber ganz schön cool wir machen da schon bei um 900 oder sowas ich habe letztens geschaut da waren wir bei etwas über 900 und das community tab war schon freigeschaltet das war natürlich super cool habe ich auch direkt ein post gemacht dass heute ein video über den neuen shop kommt habt auch mal so ein bild angehangen das ist aber komisch da kann man wie nur so quadratische bilder anhängen das war dann so ganz komisch skaliert naja egal das community tab funktioniert jetzt auf jeden fall das heißt schaut regelmäßig da vorbei dann werde ich da auch immer ab und zu was posten wenn es etwas neues gibt oder vielleicht schon mal ein teaser für das video posten oder mal eine umfrage machen was ihr sehen wollt also schaut da gerne vorbei ich finde das cool ich möchte das gerne auf jeden fall auch nutzen und dann bekommt ihr da immer schon infos ja jetzt wollen wir aber mit dem video starten und in dem sinne das video ist jetzt so ihr seht hier die webseite ich nehme das jetzt hier vom bildschirm aus seht mal nicht mich sondern ich rede jetzt hier in mein headset rein ich hoffe die soundqualität ist ganz gut habe gerade einen test gemacht das war aber ganz in ordnung sollte eigentlich auch laut genug sein ja die webseite ist jetzt mal interessanter als mein gesicht sollte das ganze ein bisschen unscharf sein der monitor hier hat eine 1440p wkhd auflösung und ich muss das ja auf 1080p runter skalieren für youtube deswegen kann es sein dass so die schriften hier oben minimal unscharf sind aber egal kann man ich habe meinen test gemacht kann eigentlich ganz gelesen wir legen mal los so alle akzeptieren cookies wir machen nichts böses damit kann man ruhig mal machen so wir sind jetzt hier auf der startseite ich werde das jetzt hier alles aus der desktop sich zeigen die seite ist aber komplett auch mobile optimiert das heißt wir können es auf tablet auf handy hochformat querformat was auch immer für format könnt ihr alles auch anschauen und gucken und wird überall vernünftig skaliert dargestellt es ist natürlich klar wenn du beim handy cook hast du nicht so ein slider wo jetzt hier fünf pc's nebeneinander sind da ist dann halt nur einer und diese sachen hier sind dann übereinander und nicht nebeneinander weil ja handy ist halt nicht so breit aber wenn wir jetzt reinkommen auf die seite sehen wir wir haben hier oben direkt den reiter für die individuelle beratung das heißt wenn wir hier drauf gehen kommen wir sofort zum beratungsformular und ihr könnt hier eure infos eintragen und dementsprechend ja einfach eure wünsche reinschreiben für eine beratung dann melde ich mich bei euch und stellt individuellen pc zusammen das ist uns ja ganz wichtig ihr müsst hier nicht selber irgendwas konfigurieren gerade wenn ihr nicht so die ahnung habt einfach hier klicken ausfüllen ich melde mich bei euch wir stellen individuellen rechner zusammen auch mit komponenten die jetzt nicht auf der webseite sind da ist einfach alles möglich hier oben die suchmaske natürlich ganz normal mein konto warenkorb das ist alles standard so wir haben hier oben die kategorien die haben sind ein bisschen ausgemistet wir haben die standard gamer pc kategorie workstation pc da sind auch neue rechner drin office pc sind auch neue pc sind konfigurator komplett neu und die zubehör kategorie die auch hier deutlich voller ist kommen wir aber gleich alles dazu so hier oben ein titelbild grafikkarte mit dem mainboard wenn ihr hier drauf klickt dann kommen auch noch mal so ein paar infos was machen wir überhaupt was zeichnet crotus computer aus für wen denen das interessiert so wenn wir jetzt hier runter scrollen sehen wir hier die beliebtesten pcs das ist jetzt aktuell noch nicht ganz so aktuell hier ist halt ein stream wo automatisch vom shop die meist bestellten pcs einsortiert werden dadurch dass der shop erst vor ein paar tagen online gegangen das ist das noch nicht repräsentativ weil einfach noch nicht so viele pcs bestellt wurden und ja in paar monaten wird das dann denke ich mal vernünftiger sein dann kann man hier halt sehen welche pc sind am beliebtesten kann das hier direkt sehen und ihr seht direkt hier für alle was alle pc sind im angebot das ist auch zum release der neuen webseite haben wir bei allen pc ist noch mal rabatte rausgehauen noch mal aktion gestartet um zu zeigen wir wollen jetzt hier was machen wie gesagt die rabatte werden auch nur begrenzt dann gerade aktuelle hat wenn man preise steigen immer weiter deswegen jetzt zum start sind paar rabatte drauf aber ich sehe schon je weiter es richtung weihnachten geht werden die preise immer mehr steigen weil einfach nicht wir uns die taschen voller machen wollen einfach weil die komponentenpreise jedes mal wenn ich teile nachkauf einfach immer weiter steigen so dann scrollen wir hier unter hier haben wir eine übersicht über alle kategorien hier sind jetzt auch kategorien wie jetzt notebook oder enthusiast drin die hier oben noch nicht drin sind wenn ihr da jetzt drauf klickt auf notebook hier ist noch nichts drin da werden in zukunft dann auch notebooks kommen bei enthusiast werden besondere hier high end pcs kommen wo halt nicht gespart wird an optik da ist aber das problem wenn ich jetzt sag weiß ich nicht ich möchte da zum beispiel die msi supreme grafikkarte verwenden und bestimmte sachen und die sind aktuell einfach nicht lieferbar das ist halt doof weil hier will ich wirklich high end nebensächlich preis sondern wirklich auch wenn du 20 euro mehr kostet dann wird das custom modell genommen oder die bessere ssd oder sowas so aber hier kommt ihr auch noch mal schnell zu allen kategorien so wie gesagt beratung ist uns wichtig hier habt ihr noch mal alle kontaktmöglichkeiten wenn ihr hier drauf klickt kommt ihr direkt zum kontaktformular könnt uns da eine nachricht hinterlassen wenn ihr hier drauf geht dann geht euer e mail programm aus direkt unsere e mail eingefüllt könnt ihr uns schreiben wenn ihr hier drauf liegt auf dem handy und hab whatsapp drauf wird sofort eurer whatsapp geöffnet unser kontakt quasi eingeführt könnt ihr damit whatsapp direkt mit uns schreiben ja hier telefon steht auch wann wir erreichbar sind aber wenn du jetzt hier drauf gehst auf dem handy wird sofort dein quasi telefon app geöffnet und die nummer auch eingefüllt deswegen ich klicke jetzt hier nicht auf dem desktop pc weil dann öffnet das mit skype oder sowas keine ahnung ja so dann haben wir hier noch mal ein paar infos zu unseren produkten hier noch mal kontaktieren also im märkten kontakt ist uns wichtig ihr sollt uns irgendwie erreichen können hier noch mal infos was wir so machen unsere favoriten da haben wir jetzt mal ein paar pcs rausgesucht in verschiedenen preisklassen habe ich jetzt hier gemacht unsere zahlungsarten seht ihr hier noch mal versandte hatten hier kommt ihr auf youtube unseren blog instagram um einfach da mit uns in kontakt zu treten und das hier ist nur seotec damit das bei google besser rankt die unten haben wir noch bewertungen und hier sind die ganzen sachen rma kontakt versand und zahlungsbedingungen widerrufsrecht agb impressum datenschutz pipapo finanzierung das ganze rechtliche gedöhns halt so aber gehen wir jetzt mal hier auf die gamer pc kategorie und jetzt seht ihr hier die größte neuerung vom shop und zwar ist diese ansicht hier komplett customer ist so die pcs die hier ausgetraut sind das sind die die wir aktuell nicht liefern können bei denen ist es so 3400 g aktuell nicht verfügbar ich weiß auch nicht ob der noch mal verfügbar wird ja und die 5000 gibt cpus die jetzt rauskommen sind halt alle sehr teuer die sind halt nicht für 500 euro pcs geeignet man könnte jetzt irgendwie sowas machen mit einem i3 10111 und dann dazu so eine gt 1030 grafikkarte das hat ähnliche leistungen ja könnt ihr ja mal in die kommentare schreiben ob ihr sowas in dem preisbereich cool finden würdet oder halt nicht also beim 3400 g war halt cool dass du halt quasi den slot für die grafikkarte frei dass man später eine upgrade konntest und so was seine gt 1030 drin ja dann musste ja draußen andere ja aber ihr seht hier direkten übersicht gaming leistung office leistung und workstation leistung so hier könnt ihr direkt sehen und die pcs direkt vergleichen und sofort sehen wenn ich jetzt mehr geld investieren wie steigen die leistungen hier weil es ist klar je mehr geld investiert desto leistungsstärker die komponenten und dementsprechend steigen die leistungen ja auch so die skala geht von 0 bis 100 bedeutet wenn wir jetzt mal hier runter scrollen na hier der rechner mit 30 90 5900 x der ist ja fast bei 100 prozent bei 100 prozent wäre er wenn das jetzt in 5950 x wäre und wahrscheinlich noch 64 gigabyte ram und also ein pipapo dann wäre er bei 100 prozent aber ihr seht hier hier sind wir ganz ganz oben von der leistung her und ihr seht auch hier der unterschied 30 90 30 80 die beim gaming ist hier kaum ein unterschied ne also ihr seht preislich 800 euro unterschied aber eine 30 80 ist halt kaum langsamer beim zocken als in 30 90 und 5900 x ist auch kaum schneller als 5800 x beim zocken so bei der workstation leistung seht ihr aber zum beispiel hier ist ein großer unterschied weil mehr kerne und auch die 30 90 mit mehr vram ist dann einfach workstation mäßig natürlich noch mal eine ganze ecke geiler so das könnte da zum beispiel sehen office leistung ist halt bei allen rechnern quasi maximum weil ja schon wenn du so ein basic rechner hast zum internetsurfen brauchst du halt nicht so viel power also es ist schon hier so ein 400 euro pc hat schon jetzt 72 prozent office leistung quad core cpu 8 gigabyte ram so ssd das ist für office für ein word dokument öffnen und drei tabs im browser aufmachen ja aber dafür ist die gaming leistung workstation ist natürlich viel viel schlechter also ihr könnt hier direkt in der übersicht die pc zu vergleichen so jetzt gehen wir mal hier in den pc rein so dann seht ihr hier beschreibung infos dazu das ist wie es vorher auch war so was jetzt aber neu ist wenn ihr hier auf konfigurieren drückt dann kommt ihr unseren komplett neuen konfigurator ihr habt hier wieder die leistungspunkte und ihr seht dass sich diese leistung verändert wenn ich jetzt zum beispiel hier sage ich will den 5600 x prozessor so und schmeißt mir einmal einen fehler aus weil ich habe jetzt hier die vega grafikkarte die geht natürlich damit nicht also hier auch wenn der konfigurator checkt alle kompatibilitäten bedeutet ihr könnt jetzt nicht in 5600 x nehmen mit vega integrierter grafik weil hat der prozessor nicht das heißt wir müssen jetzt hier auf grafikkarte nehmen jetzt nehmen wir mal hier eine 1660 super jetzt sehen wir jetzt haben wir hier auf einmal 55 prozent gaming leistung vorher hatten wir irgendwie 20 prozent oder sowas also ihr seht das verändert sich mal jetzt auch statt der 1660 super die 1050 ti nehmen dann sind die gaming leistung natürlich auch wieder also wenn man hier mit rum spielt ändern sich die leistung auf jeden fall auch wenn ihr hier einen schwächeren prozessor nimmt dann ändert sich das ganze natürlich also hier ihr seht da sind große unterschiede da der berechnung ist ja nicht ganz super perfekt dadurch dass es halt eine skala von 1 bis 100 finden musste das heißt ich habe halt die skalen also ich habe die werte genommen von pcgms hardware die haben ja so einen leistungsindex wo die halt auch die prozessoren von 1 bis 100 100 ist 100 punkte ist schnellste cpu ein punkt ist halt dann dementsprechend weniger davon haben deshalb ein so tipp davon habe ich die werte übernommen das heißt aber natürlich jetzt auch ja wenn ihr jetzt hier nehmt seht ihr das sind quasi nur sechs prozent unterschied die karte ist natürlich nicht sechs prozent schneller sondern deutlich schneller so das kann man aber nicht alles so da darstellen weil du musst halt den prozessor auch noch mit ein valuieren und die ganzen anderen den arbeitsspeicher und sowas also es ist nichts wenn ihr jetzt sagt oh jetzt habe ich sechs prozent mehr fest nein das ist es jetzt nicht aber es ist ein grober richtwert für euch dass ihr halt sehen könnt ok lohnt es sich die stärkere grafikkarte zu nehmen lohnt es sich den stärkeren prozessor zu nehmen ich will damit streamen workstation leistung ist also wichtig wenn ich jetzt die stärkere grafikkarte nehme seht ihr ändert sich hier kaum was so wenn ich jetzt aber sage so beim prozessor ich will hier in 3700x nehmen dann ändert sich die workstation leistung wieder enorm also ihr seht beim 3100 zum beispiel ist die viel geringer also ihr seht es soll ein grober richtwert für euch sein also nicht darauf festnageln aber ein grober richtwert dass ihr ungefähr damit das ganze sehen könnt so und ihr seht wir haben eine viel größere auswahl an komponenten hier also ihr könnt sehen wir haben jetzt nicht nur drei gehäuse hier sondern wir haben sehr viele verschiedene gehäuse hier also wir haben jetzt die standard gehäuse lgb gehäuse silent gehäuse und bei den gehäusen zum beispiel auch haben wir die gehäuse in verschiedenen farben also du kannst das lgb slider in schwarz bekommen oder auch in weiß bekommen oder das tg5 in blau bekommen oder in rot bekommen das kannst du halt hier auswählen so du siehst hier immer sofort was sind die aufpreise die verändern sich auch wenn du das auswählt und hier unten bei jeder komponente ist so ein kleiner ein kleines fragezeichen also wir haben hier oben bei jeder komponente erstmal infos über das gemeint was macht das gehäuse was sollte ich wählen dann haben wir hier standard gehäuse noch mal eine kleine info was mit dem standard gehäuse gemeint ist und dann kannst du hier auf das pfeil klicken und dann siehst zu jedem jeder komponente noch weitere bilder hier und ganz viele technische daten also kannst du zu jeder komponente das jetzt genau anschauen kannst du hier das genauer angucken die daten durchlesen kannst du das genau schon kompatibilität prüft der konfigurator alles bedeutet du kannst nichts aussehen was nicht geht also wenn du jetzt zum beispiel ein gehäuse nimmst wo der kühler zu fett wäre dann meckert er noch denn kühler ist so groß passt nicht dem kleinen kühler oder anderes gehäuse das funktioniert eben dann alles darüber so unser ziel war es halt zu zeigen hey dass ihr hier in dem konfigurator möglichst viel auch selber konfigurieren könnt und hier eine info mit bekommt okay was ist jetzt wichtig hier zum beispiel beim prozessor steht es halt information und ihr könnt halt sehen hier reisen drei sind halt also die einsteiger cpus reisen 5 für reines zocken reisen 7 wenn du noch stream rendern willst weil hier halt 5600 x mit sechs kernen ist einfach die super cpu zum gaming die hier werden kaum noch stärker beim geben aber haben halt mehr kerne was halt wenn du rennen das wenn du videos aufnimmst wenn du streamen möchtest dann ist das halt eben wichtig warum kein reisen 5 3600 hier guckt unser letztes video an da haben wir das erklärt so auch beim mainboard haben wir hier ganz viele verschiedene mainboard ihr habt hier direkt so eine übersicht könnt sehen haben die jetzt lgb haben die usb haben die typ c haben die wlan mit dabei könnt hier in die infos reingehen könnt euch fotos könnt euch die anschlüsse anzeigen lassen könnt ihr euch die ganzen infos anzeigen lassen das ist hier kein problem das checkt auch zum beispiel wenn jetzt mehrere erweiterungskarten in passen die überhaupt alle da drauf das ist hier möglich so hier bei den grafikkarten auch infos zu den grafikkarten hier so zum beispiel 1050 ti eine full hd gaming esports titel also was wie league of legends csgo valorant und so was so und bei der 1660 super da seht ihr auch hey 1080p ok aber auch höhere grafik settings auch in etwas anspruchsvoller spielen zum beispiel da wirklich so beim arbeitsspeicher seht ihr haben wir eine riesen auswahl auch ein arbeitsspeicher nicht nur mit 3000 megahertz wir haben auch verschiedene rgb kids könnt ihr euch zum beispiel anschauen hier wie sieht das core sehr rgb kit aus zum beispiel oder wie sieht das gskill rgb kid aus gefällt mir das mehr will ich 3000 megahertz hier mit den verschiedenen latenzen 3200 megahertz haben wir super schnelle cl 14 kids also hier auch cl 14 14 14 34 also das ist das ist das das ist richtig geil kostet natürlich auch entsprechend muss man ganz einfach auch dazu sagen so und 3600 megahertz haben wir hier natürlich auch verschiedene kids bis zum hier gskill triden sie royal mit hier silber leuchtendem ram mit cl 14 15 15 3600 megahertz 64 gigabyte gibt das ist natürlich pornös muss man muss man ganz einfach sagen so bei den ssds haben wir auch sata ssds pcs bis 3.0 ssds 4.0 ssds verschiedenste größen also wir haben wirklich eine große ausweiter ihr könnt auch noch eine zweite ssd nehmen ihr könnt sagen zum beispiel hdd ich will eine größere hdd haben oder könnte auch sagen ich will die hdd abwählen eine zweite hdd dazu packen dann netzteil haben wir hier verschiedenste modelle laufwerke natürlich ganz normal card reader auch schwindlichen 3.0 2.0 card reader haben bei den netzwerk karten will ich wlan dazu haben will ich hier noch zehn gigabit lan haben will ich ein stick haben eine soundkarten externe soundkarten interne soundkarten also wir haben hier eine große auswahl der konfigurator ist immer so dass sie hier sachen auswählen könnt die zum pc passen beispiel ihr könnt jetzt hier keine 3080 ti auswählen weil wer fängt mit einem 400 euro pc mit 3.200 g an und macht eine 2.000 euro 3080 ti rein keiner so macht keinen sinn ne so deswegen ist das immer darauf ausgelegt wenn ihr komplett frei konfigurieren wollt geht ihr hier in den konfigurator haben wir einmal intel und einmal amd basis das ist natürlich getrennt und wenn ihr hier klickt auf konfigurieren seht ihr hier ist nichts ausgewählt aber ihr könnt hier bei der grafikkarte von igp bis 30 90 gaming x trio oder supreme x haben wir auch da können wir ein pflegen oder 6900 xt red devil pipapo könnt ihr hier alles nehmen und euch konfigurieren ihr könnt bei den prozessoren von einem 3200 g bis zu einem 5950 x alles konfigurieren ihr können vom a320 bord bis zum x 75 bord also hier ist wirklich komplett frei also eine komplett frei konfigurieren wollt dann könnt ihr eben hierhin gehen so das ausgeteilt hier oben haben wir grundkonfiguration kühlung und optik peripheren zubehör software garantie und eine zusammenfassung so grundkonfiguration sind alle basic sachen von pc beim kühlung und optik haben wir kühler ihr seht hier zig verschiedene kühler mit rgb ohne rgb wasserkühlung verschiedenste modelle ihr könnt gehäuse lüfter auswählen und da könnte jetzt auch mehrere auswählen also hier sagt er zum beispiel hält elf lüfter passen da nicht rein drei aber zum beispiel schon ihr könnt aber auch sagen ich will zwei pure wings lüfter und ein neues blocker e loop lüfter haben zum beispiel oder ihr könnt sagen hier ich will rgb lüfter haben verschiedene rgb lüfter hier auch von corsair wenn ihr die unbedingt haben wollt die sind halt arsch teuer aber naja könnt ihr die anzahl sagen weil sie nicht ich will einen hiervon und einen hiervon und ein silent wings oder was auch immer so jetzt seht ihr zum beispiel hier eine addressable lgb hat ist auch kein anschluss für also den lüfter können wir gar nicht nehmen so der scheint auch nicht ja was haben wir denn hier für ein member 8b 50m hdv gut das ist natürlich kein wort aber wenn wir jetzt das profil nehmen zum beispiel dann seht ihr hier zack können wir wählen hat die entsprechende anschlüsse wird alles gecheckt wir können hier led strips auswählen und bei der personalisierung könnte euch hier was gravieren lassen ihr seht hier mal so eine info wie sieht so was graviertes aus und da ist es wichtig das ganze muss als dxf datei und zur verfügung gestellt werden damit wir arbeiten damit einer firma zusammen die haben so ein riesen laser gravierer da wird das hat in so ein crd programm geladen das muss dxf seine bitte kein converter das kommt nicht gut raus aber dann können wir euch hier in der größe die ihr wollt an die position die ihr wollt ein logo schriftzuch namen was auch immer drauf kreieren könnte hier auch mitnehmen so peripherie und zubehör hier ist alles super wenn ihr sagt ihr wollt eine tastatur dazu haben so ihr wollt eine maus dazu haben ein maus pad dazu haben wollten headset oder kopfhörer dazu haben wollt lautsprecher mikrofon eine capture card wollten den monitor dazu haben eine webcam oder noch bluetooth könnte das hier alles auswählen und hier wie gesagt auch wieder alles in kategorien eingeteilt ihr könnt hier draufklicken könnt euch alle infos wie viel herz ne was für eine auflösung hat das ding was für ein panel ist da drin was für eine reaktionszeit hat der was für anschlüsse hat der ist der höhenvorstellbar oder sowas ne könnt ihr hier alles schauen und entsprechend das dann dazu zu bestellen software garantie da ist einfach office dabei wird demnächst auch das 20 22 heißt ja glaube ich das neue office was jetzt rausgekommen ist geben windows hier könnt ihr dazu ob es testversion haben wollt wie seit installieren wir immer gratis könnt hier sagen okay garantie will ich verlängern ich will verpackung dazu eine express bearbeitung ich noch einen virenschutz dazu haben und hierbei zusammenfassung wird euch alles noch mal angezeigt wenn ihr sagt okay ich will da noch mal irgendwas ändern ja okay ich dachte eigentlich da kann man darauf klicken ja kann man anscheinend nicht draufklicken ist aber auch egal so wenn ihr sagt okay will ich so haben zack klickt ihr hier in den warenkorb kommt ihr zum warenkorb hier wird noch mal alles angezeigt könnt ihr zur kasse klicken einloggen das ist ganz normal standardmäßig so zu den gamer pcs ne wie gesagt hier pcs ihr seht überall rabatt drauf gehauen einfach um euch da noch mal ein bisschen bisschen was zu geben wie gesagt hier warum hier 10.400 f ist habe ich alles im letzten video erklärt so es sind auch paar neue pcs dabei wie zum beispiel hier unser optimum game pc mit rtx 3080 ne also da ist für jeden was dabei im workstation pc reiter haben wir auch neue workstations einmal für die bild und einmal für die video bearbeitung wir wollen perspektive und auch für cad welche machen hier auch verschiedenste budgets und ihr könnt hier dann auch einfach infos sehen warum ist was wie gewählt na was ist hier überhaupt drin verbaut und bekommt da die ganzen infos angezeigt hier also auch alles neu auch bei den office pcs hier haben wir verschiedene office pcs einmal unsere normalen office pcs in normalen gehäusern hier auch mit intel cpus ne weil amd hat einfach nichts in dem preisbereich und intel bietet hier so ein i3 mit integrierter grafik ist für office einfach eine geile cpu so und neu haben wir jetzt auch diese mini pcs die sind auf basis von so einem asrock desk mini dieses gehäuse ist extrem klein das ist wirklich super super klein also ihr seht ja hier 8 x 15 x 15 cm das ist kleiner als ein schuhkarton das ist für so ein mini office pc wirklich super und ihr könnt hier den ganzen auch konfigurieren also klar gehäuse könnt ihr nicht ändern aber ihr könnt sagen hey ich will dann i3 reinmachen oder ich will dann die fünf prozesse reinmachen das ist kein problem so klar mainboard kann man hier nicht ändern aber ihr seht zum beispiel hier könnt ihr euch die anschlüsse anzeigen lassen also hier das ding hat usb c usb 3.0 lan hdmi displayport vga für die front hat hier nochmal anschlüsse sound anschluss und so weiter das ist hier alles möglich ist hier alles absolut kein problem so ihr könnt den arbeitsspeicher hier upgraden das ist hier notprogramm der hier reinkommt bis zu 32 gb ihr könnt hier ssds einbauen lassen zweite ssd gut netzteil ist extern da kann man nichts machen externes laufwerk und externer cartridge da geht natürlich hier kann man sich noch wlan dazu bauen lassen also das ist wirklich hier für so einen kleinen office pc wer sowas haben möchte ziemlich ziemlich cool könnte gerne um konfigurieren wie gesagt bei unseren normalen office pc ist da ist natürlich eine größere konfiguration auch möglich einfach nur weil wir können normales gehäuse reinbauen da habt ihr auch bei den mainboards wieder hier die möglichkeiten das ganze zu machen so konfigurator habe ich euch ja schon gezeigt hier kann man komplett frei konfigurieren können wir auch noch mal in den intel reingehen da könnt ihr jetzt aktuell bei den mainboards b560 und z590 aktuelle boards raus im head pensum i3 i5 i7 i9 ende des monats will der intel die neuen cpus ankündigen sobald die lieferbar sind wird das dann natürlich umgestellt dass man die auch dann hier konfigurieren kann ja ich weiß gar nicht wie lange ich schon gelabert habe 25 minuten sich schon wieder viel zu lang hat wahrscheinlich keiner bis jetzt hier wieder zugehört aber es gibt einfach so viel cooles neues hier bei der webseite gerade auf dem konfigurator bin ich einfach sehr sehr stolz weil ich muss sagen wenn man sich den halt anschaut hier den konfigurator gehen wir mal hier in irgendeinen rechner ein ist das einfach was die optik angeht was die features angeht was die funktionen angeht mit der leistungsberechnung ein ist das was so ich sage ohne jetzt mal andere schlecht zu machen andere mitbewerber das ist schon cool also ich kenne wenige shops wo ich sagen würde der konfigurator ist sogar wenn ihr das anders ist und sagt ey das ist aber kacke macht das mal anders schreibt gerne in die kommentare lasst gerne euer feedback da konstruktiven vorstellen bin ich immer immer gerne offen dann schauen wir ob wir da noch was verbessern können aber ich finde das ist schon ist schon ziemlich cool geworden da muss ich sagen bin ich auch ein bisschen stolz drauf ist schon ist schon ziemlich cool geworden ich hoffe es auch für euch einfach jetzt ein benefit hier auf der seite zu surfen und zu browsen in dem sinne ja vielen dank wenn ihr das video bis hierhin angeschaut habt schaut gerne in unserem neuen shop vorbei testet pcs aus testet konfigurationen aus schreibt euer feedback rein was ihr hier auch bei den konfigurationen machen könnt ihr könnt hier konfigurationen speichern um die einfach zu teilen und die uns zu schicken und die freunden zu schicken hier laden könnt ihr die mit dem code wieder laden oder hier beim support beantragen könnt ihr hier infos einfüllen und ja dann habt ihr hier einfach eure informationen da und wir können euch einfach eine frage dazu beantworten zu der konfiguration ja in dem sinne wünsche ich euch noch einen schönen sonntag und wir sehen uns im weiteren video ciao